Die Chance, ein paar lebhafte Stunden zu zweit zu verbringen, ist groß. Du kannst die Gelingen auch nutzen, eine festgefahrene Situation zu bereinigen. Mit prickelndem Scham bringst du die Mitmenschen dazu, spontan und positiv auf dich zu reagieren. Es dürfte ein leichtes sein, langfristigen Absichten und momentanen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden. Du strahlst entsprechend Zufriedenheit aus und wirkst überzeugend. Dein Verstand und deine Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt dir einiges nicht in den Kram, ohne dass du den Grund dafür kennst. Du fühlst dich angespannt, versuche dich so zu verhalten, dass sowohl deine Vernunft als auch deine Emotionen Gehör finden. So, das war's dann auch, bis zum nächsten Mal. Es wird die Zufriedenheit geändert. Es wird die Zufriedenheit geändert. Es hat die Zufriedenheit geändert. Ein Begevenhörfen, die Sie das tun haben, und das sind die Verhalten, die Sie Es wird eine Art, die Sie in der Erholme des Zufriedenheit auswült. Aber das war's dann auch, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020